So, da ihr ja eben abgebrochen habt, kommen wir hier jetzt noch zu Teil 2 oder zu einer Ergänzung. Eigentlich wollte ich auch nur noch sagen, euch einen schönen Abend wünschen, euch einen schönen gesegneten Abend wünschen. Und ja, kommentiert gerne oder liked, wie ihr wollt. Ich würde mich freuen. Danke. Amen.